Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eb und ob mit Malde wieder und natürlich und ich glaube einfach nur weil es cool aussieht Nein, wir müssen noch einmal weiter. Müssen wir nicht einfach nur weiter? Keine Ahnung. Wir sind wahrscheinlich genau da wo wir jetzt auch sind. Wir laufen parallel zueinander. Gehst du nach unten? Was machst du? Die ganzen Punkte sind weg. Warum tust du sowas? Weil ich cool wäre. Ich glaube du musst wieder hochhelfen. Das fängt schon wieder gut an. Und los! Oh nein. Oh wir müssen uns erstmal wieder reingewöhnen. Oh Mist. Ich hab dünnchen. Nja. Oh. Nja. Was? Achso, warte. Entschuldigung mal. Hm. Warte. Ja, ich bin cool. Hoi. Hoch. Ja. Das ist schon wieder so Konzentration und so was. Los, lauf zurück, du Depp. Auch deiner. Oh fuck. Der Fug. Kommst du hierhin hin? Ja. Ne. Doch. Oder ist das zu hoch? Wahrscheinlich. Oh, scheiße. Dann muss ich über den drüber springen wahrscheinlich. Und dann musst du zurückkommen oder musst du mir hochhelfen? Auf Gottes Willen. Bam. Warte. Oh. Ich muss noch... Ja. Ich bin tot dann. Ach ja stimmt. Aber... Egal. Jetzt musst du mir ja trotzdem hochhelfen oder? Dann muss ich auch nochmal wieder rein. Wadafuck. So. Jetzt musst du den da... Scheiße. Ne. Das funktioniert nicht. Scheiße. Aber warte. Einer muss... Oh. Warte. Machst du oder mach ich nicht? Du machst das. Oh. Oh. Ich hätte mir nur... Oh mein Kopf getroffen. Ja. Ne. Ist voll praktisch. Ach übrigens. Ich bin der Grüne. Ich weiß gar nicht. Ob wir das... Muss wo einer hoch runter oder so? Ne. Nein. Warte. Hier hoch. Au. Warte. 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 Bleib drauf. Ja. Passt. Ah. Warte mal. Was soll das? Junge. Und jetzt? Die tun mir Aua ab. Au. Oh. 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 Du darfst du das ja da hoch. Weil du größer bist. Ne. Denk mal an, dass du da hoch musst. Ja. Du musst da wieder raus. Und dann zu mir. Und mir da hoch helfen. Oh. Warte. Und ich jetzt... Ah. Warte. Ah. Wo? Wo bin ich? Oh. Ich lag grad wie gesagt. München. 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 Oh. München. München. Du machst das. Warum muss ich das immer machen? Weil ich das nicht kann. Ich bin zu groß. Aber warte mal. Hey. Ah. Warte mal. Komm doch da hin. Ja. Komm. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich muss dir hoch helfen. Komm. Oh. Komm jetzt. Komm. Jetzt. Jetzt musst du... springen irgendwie. Fast. Warte mal. Warte mal. Jetzt. Äh. Äh. Warte. Geh da wieder. Ah. Da hättest du wieder drauf. Was. Hoch. Pam. So. Jetzt. Spring runter. Dann krieg ich wieder Schwung. Pam. Und dann kannst du. Oh. Hä. Nichtmals. Nee. Es reicht nicht. Hm. Ist das blöd. Man kann einfach hier. Hier hingehen. Ich komm ja nicht nach. Du musst mir helfen. Ah. Ah. Dann kann doch einfach da. Hälf mir mal hoch. Da ist es. Aber wie komm ich denn dann? Was zu. Ah. Warte. Erstmal wieder da hoch. Haha. Ne, aber süß. So. Jetzt. Bringt uns das nicht weiter, ne? Doch. Nee. Hä? Hä? Ich könnte jetzt hier weiterhelfen, aber da komm ich ja wieder nicht hoch. Hä? Davor. Warte. Ach. Scheiße. Warte mal. Geh mal da ganz links. Nicht links? Na ganz links. Und da hoch. Nein. Nicht so weit links. An den letzten. Nein. Hoch. Ein hoch. Kannst du von da irgendwie. Ne. Nee. Das geht nicht. Das wird nochmal hochhelfen. So. Hä? Was machst du da schon? Bam. Hä? Funktioniert nicht. Warte. Ah, ich weiß. Ah. Und jetzt Achtung. Ich komm da jetzt. Geh da drauf. Oh. Oh. Oh nein. Komm. Huiii. Achso. Und dann musst du mich wieder. Dann musst du da drauf bleiben und mich wieder weiterschleudern. Hä? Oh bin ich dumm? Das war blöd von dir. Ja. Ach. Warte mal. Haha. Das wird wohl nicht gerein. Oh. Hä? Willst du springen oder so? Nein. Nicht springen. Nicht springen? Stimmt. Einfach nur nach rechts. Äh. Ja. Ah. Ich komm mal. Hi. So. Achtung. Schnell. So. Jetzt spring ich da drauf. Du musst da bleiben damit ich weiterkomme. Okay. Ah. Pfff. Pam. Junge. In dein Gesicht? Boah. Wie die rumquitschen. Ja. Ähm. Komm her. Nee. Nein. Du musst da hoch überhaupt. Oh. Ich geh hier lang. Oh. Ja. Oh. Es ist schon cool gemacht. So vom Design alleine schon. Ihh. Ich kann auch kaputt drücken. Ja. Ne. Yeah. Warte tanzen. Ah. 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 Oh yeah. That's my shit. Ah. Ah. Ich muss dich mal eben noch mal lauter machen. Ich glaub man hört dich gar nicht. Ich-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ja, äh. Das ist aber neun Minuten, ne? Machen wir einfach weiter. Ja. Ja. Henn los. Boah. Tanzst du die Heine hier auch noch? Ne. Ah. Faule Sau. He-he-he. Ja. Toll. Oh. Ah. Ah. Alter, was ist das? Oh, Moment, ich muss mal nochmal ein bisschen... Ich mach die Musik am besten ganz aus. Ich hab ein Problem. Ja, ach, ich auch. Ja, musst dich mal kurz opfern. Ja, opfer dich kurz. Ja, genau, spring einfach mal weiter. Oh, komm mal da drüber hinweg. Nee. Ich glaube, man muss diesen hier benutzen. Kann ich den hier mitnehmen? Warte mal, der Schlüft. Komm hier. Ja, aber so weit kommen wir ja nicht damit. Warte. Wenn wir jetzt einen hier hochhelfen. Dann bin ich hier. Da, fuck. Ist bei der Link so irgendwas? Hier runter kann ich nicht. Aber der Typ, der muss ja irgendwas bedeuten. Lass mich mal da hoch. Geh nach rechts. Kannst auch mich drauspringen und ich geb dir nochmal Sprung? Nee, ne. Oh, die Viecher töten die Bälle. Ja, hab ich auch gesehen. Warte, ich hab's. Komm, komm mit. Komm mit. Spring auf mich drauf. Ja. Ach so. Beim Großen musst du rüberspringen. Ah. Oder opfer ich mich doch, oder? Weiß ich nicht. Musst du... Oh, das sind relativ... Okay, drei, zwei, eins. Oh ja. Achtung. Ich komme. Boah. Die Sachen. Egal. Ähm. Boah, jo, Experte. Äh. Ja, wie, da ist das gleiche wahrscheinlich. Ich darf weiterlaufen. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, du musst, äh... Nein, mein Controller ist ausgeschlagen. Hey, du musst hier von dem Ding runter, da durch, über die Dimension und mich hochkatapultieren. Scheiße. Ja, das wäre an. Oh, nein. Nein. Ja. Das reicht nicht. Oh, komm mal, komm mal her. Du musst ganz schnell sein. Komm mal hier hoch. Oh. Wir dürfen den extra bewusst. Ich war im Fußdauerstpielen, was zu sehen. Was? Ich war im Fußdauerstpielen. Oh, Gott. Okay, spring. Nääääääääää. Boi, joo! Hä? Du musst mir hochhelfen hier. Also runter, hoch, irgendwie so. Oh nein. Ähm. Von dem Männchen rechts, nein! Von dem Männchen rechts. Drausspringen. Sollte schon reichen. Ah, stimmt. Oh! Nein! Ah! Oh! Oh! Erstmal verfehlen. Oh, das war knapp. Hä? Wird das eingesammelt? Jetzt hochhelfen? Nein. Ah, warte hier. Hallo, hier ist doch ich. Oh, lol. Oh, jetzt kriegen wir die Dinger nicht mehr. Eine hätte oben bleiben müssen. Ähm. Ich glaube, jetzt muss man hier hoch, ey. Ähm. Ach, warte, ich muss erst wieder ran. Äh. 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 Oh nein. Ich hab nicht auf das Ding geachtet. Fuck, okay. Oh, du willst das machen. Okay. Los, die Großen. Gib mir die Sachen. Äh. Oh, muss ich dir da hochhelfen? Ja, hoch. Warte, warte. Warte, warte. Hä? Also runter. Was auch immer. Ja, und der Fuck. Käfte runterzufallen. Keine Ahnung, man. Oh, Leute. Oh, wir haben gleich 15 Minuten. Ist das Level schon vorbei jetzt? Keine Ahnung. Oh, wo bin ich? Achso. Oh. Hey, hier passiert gar nichts. Oh, das sind Welle. Haha. Muss mir hochhelfen. Ah. Äh. Äh. Haha. Ich komm doch nicht mehr hoch. Doch, warte, du musst mir hier erst wieder- Was? Ob wir das lösen können, sehen wir in der nächsten Folge. Tudululululul. Tschüss.